Auto? Wilms Ich steh'n die Marussas hinter mir, ich steh'n mit Mercedes Happy Birthday Ich glaub Wilms war dieses Mal nicht so gut, ne? Ich weiß es nicht Reifenabbau angeblich extrem aber historisch Ich misunderstanding Ups Ups Der Eiffen ist ganz komisch abgeflogen Das ist dann ganz raus Oh, sorry Du kannst DRS den Regeln entsprechend verwenden DRS ist aktiviert Musik 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 Du befindest Dich weniger als eine Sekunde hinter Deinem Vordermann, nutzt zum Überholen DRS. Wir glauben, dass Dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Die Boxenflur erwartet Dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Deine Reifen sind ziemlich unten. Hol Dir neue Gummis, wenn es sein muss. Boxenstopp. Schleifbenzentil zum Boden. Schleifbenzentilzieren. Schleifbenzentilzieren. Schleifbenzentilzieren und abdrehen. Schleifbenzentilzieren. Hier wird die Leistung für Sonnwofan Wave. Schleifbenzentilzieren. Hallo, danke Bist du getroffen? Fahr! 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 Scheiße, Entschuldigung. Geil, Fairplay, Sauber. Geil, Fairplay, Sauber. Geil, Fairplay, Sauber. Geil, Fairplay, Sauber. Geil, Fairplay, Sauber.